Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt einige Zeit nicht gespielt, habt ihr ja gemerkt, es kam ja kein neues Video. Aber jetzt ist das Spiel quasi rausgekommen, also nicht mehr im Early Access. Und da wollte ich nochmal reingucken. Und ja, es hat weiterhin sehr, sehr gute Bewertungen. Ich habe auch weiterhin Bock drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört hatte irgendwie im Sommer. War das im Sommer? Das war ungefähr im Sommer. Aber jetzt fuchsen wir uns nochmal rein und spielen nochmal ein bisschen hier Against the Storm. Ich habe Bock drauf. Und ich habe eben aufgemacht, dann hieß es, der Speicherstand, den du hattest, der ist nicht mehr kompatibel, bla bla bla. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Und das Erste, was jetzt kam, als ich mein Profil angeklickt hatte, war diese Entscheidung hier, die wir treffen müssen. Und zwar müssen wir uns zwischen einem Karawanenwagen, einem Nachschubpaket und der Obsidian-Kiste entscheiden. Ja, Freunde, was nehmen wir? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ihr habt mir das hier schon durchgelesen. Könnt ihr ja gerade auch machen. Macht einfach Pause. Ich finde Karawanenwagen tatsächlich am besten, weil ich irgendwie gerade in meinem Kopf so in Rimworld bin. Und da ist sowas auch sehr wichtig. Deswegen, ich würde das einfach mal nehmen. Diese Siegelfragmente, keine Ahnung, was das ist. Und hier gibt es vier Reserveverladungspunkte. I don't know. Wir nehmen jetzt die Karawanenwagen. Juckt mich nicht. Und zwar geht es ja hier weiterhin darum, uns hier mit Expeditionen nach außen in diese Outer Worlds, hier guckt euch mal an, wie groß das hier wird, zu bewegen. Wir sind ja hier ganz, ganz am Fuße des Vulkans. Hier ist auch wieder irgendwas. Also, wie gesagt, das ist ja, ist ja alles hier, da ist viel zu tun auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal aussuchen, wo wir hinwollen, beziehungsweise welches Gebiet wir einnehmen. Ich glaube, man kann, ich weiß gar nicht, wo steht, wie weit wir uns bewegen können. Aber es scheint mir, dass es drei Felder weit sind momentan. Das kann aber wahrscheinlich dann auch irgendwie immer verbessert werden. Und, äh, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hingehen. Also, es scheint hier in diesen Planes so relativ immer dasselbe zu geben. Da sind ja die Effekte und die Belohnungen stehen ja oben. Also, ja, das hier ist ja, glaube ich, Nahrung einfach, oder was? Ja, Nahrungsvorräte. Dann gibt es Maschinen und Artefakte. Grundlagen haben wir gemacht, Bedürfnisse und Entschlossenheit haben wir gemacht. Jetzt kommt wahrscheinlich Feindseligkeit und Handel. Das ist ein Tutorial, könnten wir auch einfach machen. Machen wir nur Tutorial? Ne, machen wir jetzt erstmal nicht. Ich will hier erstmal weitermachen. Mehr erfahren. Der Peststurmzyklus. Uralte Siegel, Modifikationen und Wäldereitnisse. Ja, also, wir gehen jetzt hier erstmal irgendwo hin und gucken mal. Hier gibt es sogar manche mit drei Effekten. Leider kann man da jetzt irgendwie nicht so draufklicken. Das muss man dann später mal sehen. Aber ich würde sagen, um uns erstmal wieder reinzukommen. Ich glaube, rote Effekte sind negativ. Kann das sein? Das ist hier wahrscheinlich sowas wie Kampf, würde ich sagen, wenn man da neben so einer Siedlung ist. Kloster der Heiligen Flamme. Mönchliche Heiligen sind ein fanatisch-elitärer Orden. Du kannst den Verbrauch nicht verbieten oder spät vorzunehmen. Hier, das gibt es aber auch hier. Aber hier, das ist positiv. Das ist fruchtbarere Böden. Achso, das scheint... Also, das wirkt sich dann hier auf die direkte Nachbarschaft aus. Hier haben wir richtig fruchtbare Böden. 60%. Belohnung ist überall... Also, sollen wir einfach mal hier hingehen? Und das ausprobieren? Da gibt es jetzt natürlich dann Unterschiede. Hier gibt es dieses Nahrungsteil, Nahrungsplus und aber auch diese beiden. Das Buch da und Pilz oder was ist das? Ich weiß es nicht. Die ganzen Symbole muss ich mir nochmal angucken. Mindestschwierigkeit Siedler. Ja, sind wir ja eh. Sollen wir einfach mal hier hin? Viel weiter können wir eh nicht. Und dann haben wir, wie gesagt, diese positiven Effekte. Jetzt ist nur die Frage, Königswälder oder Sümpfe? Wir nehmen jetzt einfach mal die Sümpfe. So, jetzt kann man das, glaube ich, auch ein bisschen mehr auftröseln. Verladungsboni. Dann haben wir hier Eier. Wir haben Wurzeln, Holz. Wir haben ja diese drei verschiedenen Völker letztlich, die dann auch unterschiedliche Ansprüche haben. Und das ist unsere Karawane hier. Wir haben fünf Biber. Wir haben zwei Echsen. Schwierigkeit kann man hier einstellen. Lasse ich jetzt erstmal gerade so, um überhaupt wieder reinzukommen. Jetzt ist nur die Frage, hier muss ich jetzt die Karawane auswählen. Was wir lieber mitnehmen. Hier unten haben wir natürlich dann mehr Boni letztlich. Hier haben wir mehr Worker. Wobei, es stimmt gar nicht. Aber hier haben wir ausgeglichenere Worker. Hier haben wir halt zwei Echsen dabei. Wir haben Basiswaren. Das ist klar. Das dürfte auch bei beiden gleich sein. Ja. Dann haben wir hier eingelegte Nahrung. Die hält natürlich länger. Wir haben Wurzeln und Pilze. Und hier unten hätten wir Insekten, Wurzeln, Bernstein, Werkzeuge, Dorfbewohner. Was heißt denn eine Gruppe von Dorfbewohnern? Neuankömmlinge. Hier ist noch eine Zusammenfassung. Hier sind wir ein raues und kaltes Land, das von vielen verschiedenen extrem widerstandsfähigen Pilzarten beansprucht wird. Der Boden hier ist extrem hart und felsig, sodass sich nur schwer etwas anbauen lässt. Die Region ist berühmt für riesige Organismen, die wir dann zu finden. Vielleicht soll ich doch besser den anderen nehmen. Reputation 14 ist erforderlich, um dieses Biom zu gewinnen. 14 Ungeduldspunkte führen zum Scheitern. Nährboden, kleine Menge. Bringt uns dann diese 60%, frage ich mich gerade überhaupt was. Wir sind in der Bedingung schwere, fordernd. Hier sind die Effekte. Fruchtbare Böden, 60%. Dann haben wir noch Biomeffekt. Die Sümpfe sind ein Paradies für Sammler. Die Sammelgeschwindigkeit erhöht sich von 10% von zwei Arbeiter. Okay, das ist nicht schlecht. Die Sümpfe beherbergen riesige Lebensformen, riesige Ressourcenknoten können in Verbotenung aufgeschnitten werden. Gibt es einen anderen? Okay, warte mal. Ich kann doch noch hier raus. Ich kann mir das hier auch nochmal angucken. Das ist aber hier auch... Was ist denn das hier? Fordernd. Also es scheint schon was schwerer zu sein. Wenn wir mal hier jetzt hinklicken würden, ist das aber auch... Das ist doch überall. Jaja. Das ist doch überall. Das hier ist also überall. Wie gesagt, hier haben wir halt jetzt nur weniger Nährböden letztlich. Oder weniger Anbaumöglichkeiten, würde ich sagen. Dafür haben wir dann, wie gesagt, hier diese Knoten und... Dass man schneller sammelt. Und das hier war ja Geschenk der Wälder. Die Grüne sind voller Bäume. Ach, das ist mehr Holz. Okay. Biome-Effekt mehr Holz in dem Fall. Ich glaube, wir nehmen das hier doch erstmal einfach. Und nehmen... Diese Karawane hier. Das hier... Drei plus. Was heißt das? Das sind diese Verladungspunkte. Wir haben drei Verladungspunkte. Das heißt, wir können hier nur drei Slots letztlich auswählen. Jetzt haben wir Eier, nochmal Wurzeln und Holz. Hier haben wir ja auch schon ein bisschen Holz. Zehn Holz plus hier nochmal 30 Holz. Oder was ist das? Verhandlungsboni. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir gleich 40 Holz haben. Das müssen wir ausfinden. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal los. Und gucken mal. Willst du das Spiel starten? Es können noch Punkte ausgegeben werden. Was? Was für Punkte denn? Was für Punkte können denn ausgegeben werden, bitte? Ich kann doch nichts machen. Wo können denn hier Punkte ausgegeben werden? Ach, hier... Ach, okay. Das muss ich so mitnehmen. Okay, dann machen wir das so. Gut. Waldgeheimnisse. Oh, yeah. Gibt positive Effekte. Wie hier. Sanfte Morgendänge mit der Maron. Neues Jahr neu heraus. Für jede kleine Lichtung, die du entdeckst, erhöht sich die Pflanzgeschwindigkeit. Während des Nieselregens um 10%. Eine rote, klebrige Saison kühlt unter der Baumbrenne hervor. Er hätte jedes Mal zwei Harz, wenn du Holzfänner einen Baum fällen. Nur während der Saison Nieselregen. Und dann gibt es aber auch hier Mali. Dorfbewohner mit diesem Jahr bewegen sich 40% langweiliger. Wäre ein Sturm, wäre ein Sturm. Das sind alles so Sturm-Mali. Malusse? Mali? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und das sind die positiven. Was ist hier? Was heißt das? Das Ausrufezeichen? Weiß ich nicht. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal Pause hier. Hier sind die verschiedenen Lichtungen. Hier sind wieder Feinde unterwegs. Was haben wir jetzt für eine Saison gerade? Wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt? Ah, hier steht es. Nieselregen, ne? Ja, eins. Nächster Sommer in vier Minuten. Gut. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt 40 Holz? Wo ist mein Holz? Aber erstmal Unterkünfte natürlich. Hier ist unser Haupthaus. Ja, wir haben 40 Holz. Alles klar. Dann gucken wir jetzt erstmal. Hier wollen wir Gebäude auswählen. Ich würde sagen, da wir ja hier diese 60% haben, dann nehmen wir den Kräutergarten. Der sollte sich doch eigentlich dann... Sollte doch eigentlich sinnvoll sein, oder? Dann... Ich weiß nicht, was wir jetzt erstmal brauchen, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Tischler. Und... Regenmühle, was... Mehl, Schriftrollen, Baumaterialienpaket kann verwendet werden. Ah, das ist jetzt natürlich auch wieder so viele Entscheidungen, die ich gar nicht einschätzen kann. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Mühle. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einige Entwürfe. So, gucken wir jetzt erstmal Häuser. Wir haben ja nur Obdachlose hier. Das geht nicht. Das heißt, wir brauchen Unterkünfte. Ja, das hier braucht man... ...schon einen Platz, ne? So, was kosten die 10 Holz? Kann das sein? Wie viel können nochmal da rein? Und wie drehe ich nochmal? Und hier mit R. Machen wir mal 4. Da sollte, glaube ich, unser Holz aufgebraucht sein, Fragezeichen. Brauchen wir eine Holzfällerlage auch schnellstmöglich. Gehen wir hier unten hin? Was kostet das? Das kostet 2 Teile. Und das kostet 10 Holz. Okay. Teile haben wir 20. Alles klar. Gut, dann... Hier unten sehen wir wieder unsere... ...beiden Balken. So, dann geht es jetzt erstmal ans Bauen. Das ist gar nicht, wie viele nochmal in ein Haus konnten. Wann das 2 oder waren das mehr? Das werden wir gleich eruieren. Da haben wir Brokkoli. Moos-Brokkoli-Beet. Hier haben wir einen nahrhaften Nährboden. Hier haben wir irgendwelche Blumenflachs. So. Jetzt, ich glaube, 2, 3. 3 können in 1. Dann reicht es ja erstmal. Schnell mal den Holzfäller bauen. Steinmärz brauchen wir hier nicht. Wo ist denn... ...der Kräutergarten? Hier. Da braucht man diesen Boden hier. Da können wir das... Geht das? Kein Baumaterial. Ja, kommt ja gleich. Das braucht das Holz wahrscheinlich. Oh, Bretter. Okay. Hier wollen wir erstmal Leute. Lieber natürlich. Und die sind... ...wegen unserem Boni sind die natürlich ein bisschen schneller. Das ist ganz gut. Aber wir brauchen dann natürlich jetzt auch noch eine... ...wo ist das? Industrie. Bergbank. Wie macht... Kann produzieren Bretter. Tischler. Kann produzieren auch Bretter. Das Problem ist aber... ...wir brauchen die Bergbank, weil... ...wir haben keinen Stoff. Und ohne Stoff können wir das eine Gebäude gar nicht erst bauen. Das heißt, das hier muss jetzt mal schnell gebaut werden, damit wir Bretter kriegen. Das hier war der... ...die Zufriedenheit, ne? Also, die Echsen sind schon ein bisschen zufriedener. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was die wie essen. Primitive Werkbank. Das heißt, wir machen jetzt da erstmal ein paar Bretter. Könnte auch Stoff herstellen. Allerdings brauchen wir dann Pflanzenfasern. Wofür wir wiederum... ...Erntelager. Aber das ist Kohl hier. Ne, da unten ist Flax. Ja, brauchen wir auch mal. Brauchen wir. Drei Teile, zehn Holz. Überleg gerade vielleicht noch einen... ...ja, wobei wir keine Leute dafür haben. So, hier werden jetzt auf jeden Fall... ...die ersten Bretter gefertigt. Und es hat sich gerade irgendwas getan, was das Wetter angeht. Was haben wir denn hier? Hier können wir wieder was auswählen. Äh, Fleischspezialisierung. Du hast es geschafft, einige ausgezeichnete Jäger anzuwärmen. Die Fleischproduktion... ...Kriete von 0.1 erhöht. Oder Mehrwertsteuer. Leute. Und ich kann auch ablehnen. Da kriege ich Bernstein. Ich glaube, ich meinte jetzt einfach mal Fleisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die... Ich muss hier eigentlich bei dem Lager hier... ...brauchen die irgendeine Ressource. Das weiß ich halt nicht. So, hier lasse ich jetzt mal eine Eidechse arbeiten. Die da die Pflanzenfasern rausreißt. So, was ist hier? Holz müsste doch jetzt schon da sein ein bisschen. ...Brenner. Hier sind keine... Wo sind die Brenner? Aus acht Stämmen gibt es zwei Brenner? Äh. Fragmürdig. Wo sehe ich meine ganzen Waren? Es müssten noch Bretter verfügbar sein. Wo ist meine zweite Eidechse? Eine arbeitet doch nur hier. Die andere? Was macht die andere denn? Ist sie hier... Die macht doch nichts. Kann die nicht bauen? Können Eidechsen nicht bauen? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt mal einen abgezogenen Biber. Der scheint hier die Bretter gerade rüber zu bringen. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? Ähm. Aufträge. Jetzt müssen wir uns erstmal aussuchen, was wir hier für eine Auftragslage annehmen. Äh. Missionsziel. Wahl, um drei Lichtungen zu entdecken. Dafür kriegen wir drei Lichtungen oder einfacher Weg. Kostet keine. Das heißt, sind beschlagen die Dorfbewohner. Was ist das? Also, 35 Wege bauen. Und kriege dann was? Schaufeln. Und Kiste Stein. Ne, wir machen das. Und. Missionsziel. Erntelager. Steinmetzlager. Oder ein Kräutergarten. Den haben wir schon. Dann machen wir das mal. Und. Zwei Lichtungen. Und. Ein Gebäude. Ausschlachten. So das. Es geht ja jetzt los. Hier haben wir schon die erste entdeckt. Äh. Einen Obelisk. Weihraub. Weihraub. Der Kräutergarten hat keine Äcker in der Nähe. Ich dachte, das hier sind die Äcker. Und jetzt hat er doch Äcker. Was machen wir? Jetzt Kräuter und Wurzeln, ne? Wird er wahrscheinlich hoffentlich. Ausgesucht. Da habe ich jetzt nicht wirklich Arbeiter dafür, ne? Da muss dann der eine hin. Und wir machen hier ein weniger. Einen müssen wir zum Bauen lassen erstmal. Ja, was machen wir jetzt hier mit? Alter, ich brauche Leute. Dann auf jeden Fall mal hier die Lichtung machen. Der macht jetzt noch die Felder fertig und dann haue ich den erstmal hier rein. Und dann gucken wir mal, was das hier nochmal war. Ob man sich dann aussuchen musste. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ordentlich Regen. Sturm, um genau zu sein. Okay, muss ich doch mal irgendwas sagen, oder was? Ich habe ja keinen... Habe ich Weihrauch? Weil das wird mir hier... Ich habe keinen Weihrauch, sobald ich weiß. Gucken wir mal, ob jetzt irgendwas passiert. Also, ich brauche Holz und ich brauche Lehm dafür, soweit ich weiß, ne? Ich habe aber kein Lehm. Hier ist Lehm vorkommen. Und hier haben wir eine Kiste. Der da hin. Und dann aufbrechen, zur Zitadelle senden. Ich glaube, das hier brauchen wir gerade eher. Haben wir fünf... Was ist das? Fünf Metall. Wir haben nämlich... Stein habe ich auch nicht. Ich habe einfach nichts. Ich brauche ein Steinmetzlager. Hier ist Lehm. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. So, wir verschieben das jetzt mal nach hier. Okay, verschieben geht direkt. Ja, hierfür brauchen wir Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Die Anzeigen unten gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Aha, neue Leute. Ein Mensch und eine Echse oder ein Mensch und einen Biber? Ich würde sagen, wir nehmen erst mal das und kriegen dann auch noch Lehm. Häuser sollten ja noch reichen. Das heißt, das müsste eigentlich weiter gemacht werden können. Mal hier mal ein Mensch rein. 30 Sekunden lang über 24 Entschlossenheit bei den Menschen. Ach, die Scheiße. Getreide. Ich habe kein Getreide. Über 20 Biber. Alter, die ist bei 14. Und Waren verkaufen kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Och Mann! Echsen. Die ist bei 12. Ja. Geht's jetzt hier mal voran? Er holt gerade Holz. Und jetzt bauen wir noch Lehm. Haben wir ja. Das sind doch Werkzeuge. Ich dachte, wir hätten Werkzeuge. Können wir aber nicht. Wir haben Teile, aber keine Werkzeuge. Das muss ich hier dann doch anders machen. Dann müssen wir doch das machen. Das glaube ich eher. Krieg mal eher hin. Ach, das kann man hier. Ich sehe mal. Da ist auch ein bisschen der Stein. Das ist ja auch nicht. So, hier wird auf jeden Fall jetzt niedergerissen. Und hier wächst wachsen Wurzeln und Kräuter. Aber das hier unten, ne? Die Ungeduld und die Geduld. Da sind wir ganz weit von entfernt. Da haben wir halt keinen Stein. Das ist das Problem. Aber jetzt. Sommer. Näh, der hat Insektproduktion geleben? Findet man das dann aus Versehen in den Feldern oder was? Kann ich eigentlich... Miene. Und dann brauchen wir ja wahrscheinlich... Hier, der kann Werkzeuge produzieren. Der Tischler. Dann brauchen wir auch wieder Stoff, ne? Aber wir haben Stoff. Woher haben wir Stoff? Hat der hier Stoff hergestellt? Offensichtlich. Und Ziegel. Miene kann man hier nirgendwo hinbauen. Ist klar. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, mal einen Tischler. So, was ist das hier? So, was ist jetzt hier? Belohnungen, Seemark, Schriftrollen, 30 Fleisch. Das heißt, hier muss doch jetzt eigentlich niemand mehr arbeiten, oder? Denke ich. Ach, mal. Ich sehe weiter. Ähm. Macht ja auch Kräuter, weil hier ist noch nix. Das hier wäre wichtig. Eins von drei Lichtungen. Der nächste kommt jetzt. Er hat ja zwei Lichtungen schon entdeckt. Leute, die Folge ist zu Ende. Wir schauen mal, ob das hier in der nächsten Folge weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne dieses Spiel nicht. Da muss man erstmal durchblicken. Also, bis dann. Ciao.